Herzlich Willkommen hier im Heiligen Land. Wir stehen vor dem Jaffa-Tor in Jerusalem und wir sind unterwegs auf den Spuren von Jesus. Ich lade Sie ein, mit mir viele spannende und faszinierende Entdeckungen zu machen. Ich lade Sie ein, mit mir viele spannende und faszinierende Entdeckungen. Von Jesus sind wir heute am Berg Tabor. Ich persönlich bin total begeistert, weil ich wirklich das allererste Mal jetzt hier auf diesem Berg bin. Ich war schon öfters im Heiligen Land, aber dies ist mein erster Besuch auf Tabor. 556 Meter hoch ragt er aus der Ebene hervor. Hier ist die Ebene Jesrael, die in der Bibel oft erwähnt wird. Auf der anderen Seite Nazareth und dann auch diese ganzen galileischen Berge. Tabor steht allein. Auch hier kommen Pilger hin, Touristen und ich gehe mal jetzt rein, zusammen mit Ihnen und bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Matthäus 17. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Johannes und Jakobus, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, und fürchtet euch nicht. Als sie dann ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das, was uns hier beschrieben wird, in Matthäus 17, auch in anderen Evangelien, ist etwas ganz Seltsames. Jesus hatte nur seine drei engsten Freunde mit sich auf den Berg genommen, Petrus und die beiden Brüder Johannes und Jakobus. Und er erlaubte ihnen einen Blick in die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Auf einmal sehen sie, Jesus verändert sich. Er wird verklärt, so versucht die Lutherbibel es zu beschreiben. Er wird verwandelt, sein Angesicht leuchtet, seine Kleider werden weiß wie das Licht. Und auf einmal sind da rechts und links zwei Gestalten. Sie erkennen, es ist Mose, es ist Elia, diese beiden großen Gestalten des Alten Testamentes. Mose, der das Volk aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hatte in die Freiheit, der ihnen das Gesetz gegeben hatte. Und Elia, der die Kraft Gottes erlebte, dort auf dem Kamel, der auch nicht weit von hier ist, wo das Feuer Gottes herabgefallen war, der das Volk zurückruf, rief zu dem wahren Gott aus ihrem Götzendienst heraus. Diese beiden großen Gestalten des Alten Testamentes sind da zusammen mit Jesus. Petrus ist begeistert und er sagt, oh Herr, lass uns doch hier drei Hütten bauen, das ist wunderbar, hier wollen wir bleiben, das wollen wir festhalten. Doch er wusste nicht, was er sagte. Und auf einmal kommt dann etwas, was die Bibel nur mit Worten beschreibt, die an ihre Grenzen stoßen. Eine lichte Wolke, keine dunkle Wolke, eine lichte Wolke überschattet sie. Und aus dieser Wolke heraus spricht die Stimme Gottes und sagt, dieser Jesus ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Petrus und die beiden anderen, sie werden zu Boden geworfen, sie können es gar nicht fassen, Furcht und Schrecken erfasst sie. Und dann rührt Jesus sie ein und sagt, steht auf, habt keine Angst. Und dann kommt dieser Satz, den ich wunderbar finde, hier Matthäus 17, Vers 8, als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wir alle wollen so einen Blick in die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit tun. Wir möchten gerne wissen, wie ist das mit dem Himmel, wie ist das da in Gottes Welt. Und so versuchen Menschen alles Mögliche, um solch einen Blick zu erhaschen. Aber wir werden hier gerade auf dem Berg Tabor auf die Stelle gewiesen, zu der Person gewiesen, an der wir wirklich einen Blick tun können, nämlich den Blick in das Vaterherz Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Sie sahen niemand als Jesus allein. Und das reicht. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Das ist das, was ich hier auf dem Tabor neu verstanden habe. Und was ich denke, ist eine wichtige Wahrheit für uns alle. Auf Jesus kommt es an. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.